Hallo, heute mache ich Protein-Muffins. Das war eine Idee von Leonie. Und wenn ihr auch mit denen habt, dann schreibt es in meine Kommentare. Leonie, vielen Dank. Für unsere Muffins brauchen wir folgende Zutaten. Die genaue Angabe seht ihr im Videotext. Los geht's! Musik Als nächstes kommt der Quark und die Müllschwein. Musik Musik Als nächstes kommt das Mandelmehl. Musik Als nächstes kommt das Mandelmehl. Musik Und jetzt zwei Teelöffel Backpulver. Musik Und jetzt zwei Prisen Salz. Musik Musik Und jetzt kommt das Mandelmehl rein. Musik Und jetzt wieder langsam verrühren. Musik Und jetzt noch sechs Löffel Expresso dazu. Musik Musik Noch eine Packung Vanillezucker. Musik Und wer es ein bisschen süßer mag, der kann noch ein bisschen Honig dazu tun. Musik Alles gut verrühren. Musik Musik Und jetzt den Teig in die Formen gießen. Musik Musik Und jetzt mit der Schokolade verzieren. Musik 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 Die Muffins bei 180 Grad, ca. 20 Minuten gebacken. Musik Musik Das sind die Muffins. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir einen Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal. Tschüss, eure Katharina. Musik 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 Ihr kennt euch noch mal. Musik 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 Musik